Ich bin Michel, technischer Außendienst Firma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unsere Teleskop Unterstellstütze vorstellen. Die Unterstellstütze zeichnet sich aus durch eine sehr hohe Belastbarkeit. Wir haben hier eine Belastbarkeit von 750 Kilo und einen sehr großen Verstellbereich. Der unterste Verstellbereich liegt bei 1360 Millimeter und der obere Bereich liegt bei 2030 Millimeter. Dass ihr euch ein bisschen von der Größe vorstellen könnt, ich bin 1,80 Meter groß, das heißt circa 20 Zentimeter noch mal höher wie meine Körpergröße. Was auch noch interessant ist, das Verstellen selber geht relativ leicht, denn wir haben hier ein Axiallager eingelassen. Das heißt, über den Verstellhebel kann ich jetzt mit wenig Kraftaufwand die Stütze an das jeweilige Bauteil anpassen. Das zeige ich euch jetzt auch. Man kann das Ganze auch hier mit wenig Drehbewegung machen. Liegt daran, weil wir hier eine M30 Spindel mit einem Trapezgewinde haben. Was auch noch interessant ist, wir haben einen sehr großen Fuß an unserer Stütze für eine hohe Standsicherheit. Beim Anpassen an das jeweilige Bauteil habe ich oft das Problem, gerade beim Zusammenbau, dass Bohrungen nicht fluchten und dass ich beim Schrauben ansetzen einfach nicht durchkommen. Hierzu haben wir am Fußpedal noch mal eine Möglichkeit einer Feinjustierung. Das Schöne ist, ich kann das Ganze 360 Grad freidrehen und das zeige ich jetzt eben hier auch und jetzt kann ich im Bereich von 20 Millimeter eine Feinjustierung machen, bis ich eben das Ganze so platziert habe, dass ich die Bauteile wieder zusammenführen kann. Unsere Stütze ist eine große Hilfe im Werkstattalltag, sollte auch in keiner Werkstatt fehlen, insbesondere bei Arbeiten mit großen, unhandlichen, schweren Bauteilen, wo ich jetzt nicht dauerhaft mit einem zweiten Mann arbeiten kann.